Wir sind hier im Emmental, wo die bekannteste Uhr von der Schweiz hergestellt wird. Die SB-Uhr besteht aus rund 15 Teilen. Um diese herzustellen, braucht es diverse Arbeitsschritte. Die SB-Uhr gibt es in verschiedenen Durchmessen. Das ist von 40 cm bis 80 cm. Daher variiert hier das Gewicht. Das ist schlussendlich von 20 bis ca. 50 kg. Die SB-Uhr hier ist rund um die 30 kg schwer. Die Moser-Bär wurde 1938 von Wilhelm Moser gegründet. Heute sind wir 115 Mitarbeiter, davon seit 20 Lernende. In der Uhrproduktion arbeiten rund um die 45 Mitarbeiter. Für eine SB-Uhr-Metro-SBB-Uhr zu produzieren, braucht es um die 10 Leute. Rab, Ren, Ruhe. gu. bra du Untertitelung des ZDF, 2020